so und vor allen dingen können wir wo wir jetzt die ganze kohle haben raus mit dem kram raus mit dem kram das können wir auch nicht verscheuern wir haben so viel lager haben wir denn so viel krams hier auf dem lager dass wir mit dem müll los nehmen wir auch so früh 8 uhr fünf noch gar nichts los so was haben wir hier 34 mit anschluss verpasste abflüge noch gar nichts nur gut ist bei 8 uhr nicht klar der erste bloß noch gleich durch aber ich glaube die stehen hier schon und warten was haben wir hier von 183 das haben wir so viel wie lange haben wir denn danach und das ist ja hier 225 auch nicht viel und mal gucken wo sie sitzen wie erwartet hier vorne wie erwartet nicht warum wie gesagt ich weiß es nicht wie gesagt schreibt mir das in die kommentare der welche wo das problem ist hier sind die kaputt hier essen das flutscht verfolgen da hängen auch noch welche fest aber die sind nicht schon auf dem weg nach oben hier oben ist alles tut die sozusagen ein bisschen sehr leer das ganze da oben aber sonst ja aber wir haben die geschäfte hier unten drin aber das ich hoffe man das kommt sich noch besser holt sich ja noch weil wir haben noch zeit 90 minuten haben wir noch das alles nicht so schlimm das haben wir 19 minuten das fehlen noch eine handvoll und dann vier hast du nicht in die minuten dafür noch zwei drei leutchen wie ist das eigentlich hier mit dem her wie weit bist du denn 91 unterwegs ok persegiere hervorheben wo seite näher jungen sie hängt auch neuner da oben in dem in dem security ding fest das ist nicht zu fassen naja gut wir hoffen mal wie gesagt dass das erholt sich wir hoffen weil das erholt sich das kriegen wir wie gesagt vielleicht kann das ja dran liegen dass zu wenig luft ist soll immer ein bisschen schneller vielleicht vielleicht wie gesagt vielleicht entspannt sich das wenn wir hier noch ein bisschen mehr security haben nicht kann ja sein wir hoffen das beste sozusagen also jetzt ist mir das hier so ein bisschen wie ich dummerweise aber ich will die auch noch nicht über dem blauen teppich latschen lassen was das ist ja für unsere fluggesellschaften die noch gar nicht da waren dass ich hoffe die kommen da irgendwann so da fahren sie weg wie ist das eben einladen dieser klappt das 100 alle mann gebordet 106 drin was mit dir 100 prozent du kommst nach hause und hast wie hast du denn mit steht ja gar nicht ne ich dir gar nicht was ist hier sind wir 100 prozent auch 100 prozent gebordet super läuft doch 235 auch nicht das problem sollten wir hinkriegen der nächste flieger macht die dünne so es sieht aber besser aus finde ich weil ich will das nicht ich will den tag nicht von abend loben ganz locker bleiben wie gesagt vielleicht hat das schon was gebracht dass wir hier die paar dinge extra gemacht haben vielleicht hat das schon was gebracht ich hoffe das mal mal sehen mal schauen kriegen war zu sehen jetzt regnet es auch noch warum regnet das sind immer wieder so was uns jetzt noch fehlt wissen wir die tretenheit wie haben wir es denn hier langweilige frustration wie sieht es in der umwelt umwelt ist schlecht warum was ist denn mit der umwelt los wenn ich wüsste wo die umwelt probleme sind zeitanalyse zeitanalyse großer gott security da brauchen wir viel zeit ticket ist auch eine ganze menge aber warum ticket drauf das kann doch nicht sein na gut die meisten holen sich ihr ticket hier von dem automaten das dauert natürlich ein bisserl da könnt ihr diesmal machen wichtig ist dass ihr das läuft das läuft hier ich glaube das ist es gewesen wir müssen mussten ein bisschen mehr platz machen dass wir mehr leute hier durchgeschleust kriegen ich glaube das wäre mir wäre auch egal gewesen wieviel ganzkörperscanner wir hingebaut werden ob wir vier oder fünf eingebaut haben christian nicht mehr leute durch ne das funktioniert wie das eigentlich in der gepäck geschichte sieht das hier gut aus macht da kommt doch schon einige leute hier durch ne da muss ich mal sagen das gefällt mir soll ich holen ihr gepäck ab wunderschön jetzt möchten wir doch einmal gucken was man auf pausen ich möchte mal sehen alles grün was ist das lange weile wie lange weile hat gepäck trägt aber im moment nichts bei sich noch mit erwartet man drauf ja da musst du warten menschen so schnell geht es ja nur auch nicht lange weile ist das problem okay was sonst ist alles ich meine die sind alle gekommen sind also sozusagen pappen satt aus dem flieger sozusagen nicht so aber die hier es läuft wie gesagt das läuft wir haben das problem gefunden gelöst sozusagen also dann hoffe ich mal dass wir jetzt die mühlen hier auch schneller abgefertigt kriegen boarding passagiere sehen wo sind denn alle guck mal alle drin im grünen bereich hier die hocken bloß noch hier auf dem klo fest so ein bisschen am klo pass auf klo das sind auch gute ansage hier fehlt noch eine lokus toilette hier fehlt noch die toilette hier müssen sie mal was zum abdrücken hier oben haben wir da haben wir eine ich glaube noch eine zweite werde ich verkehrt hier so in dem bereich irgendwo da aber eine toilette mir wäre nicht schlecht oder ich glaube den haben wir gleich gebootet da haben die leute gleich schon drin wie schnell das ist ja wahnsinn der ist viel schneller weg als was mit dem hier was geht da rein 208 der ist auch schon dabei hervorheben wo seid ihr da sind noch welche die kaufen noch ihr ticket ich meine die haben auch massliche zeit ne ja zwei und guck mal hier das ist ja wahnsinn es läuft freunde unser ja das funktioniert ein bisschen mehr hier scanner einbauen schon alles tut die hätte ich nur nicht mit gerechnet freunde hätte ich nicht mit gerechnet ich hätte wirklich gedacht hier ist jetzt die hölle hier ist die hölle hoch 12 und nein alles alles gut ja alles schön da kommt der nächste flieger was das feiner haben wir hier nur witschen ja 49 gepäckstücke das ist doch gar nicht mal schlecht so sehr schön auch dann können wir ja wenn das hier so reibungslos reibungslos vonstatten geht das ganze dann können wir uns ja mal dran machen ja erstmal toilette ich will das ist ganz wichtig damit loko damit die haben zu wenig toiletten ich glaube die haben richtig druck manchmal und jetzt habe ich so viel geschickt so viel aber wie man sehen kann ist hier wirklich was los hier im laden ist richtig die hölle süßigkeiten kaufen sie wahnsinnig hier wird gekauft das ist nur so rumpelt 90 da guck mal eine andere sie ist fast leer auf jeden fall das läuft hier süßigkeiten kriegen wir weg und dr dent muss dann auch noch mal irgendwo rein hier damit wir das auch gleich die schäden beheben können sozusagen so was haben wir hier und heute 600 etwas das ist nicht viel 1.071 auch nicht naja gut aber es war sonst 1.6 was ist denn das hier pizza pizza geht immer gut was mit dem kaffee was ist mit dem kaffee los so schlecht naja warum aber wie gesagt das funktioniert das läuft das ist cool ich sehe gerade wir müssen hier oben noch was tun ja hier ist das problem ich sehe das sie wollen alle ihr ich will haben zuerst ticket und da müssen wir was dran ändern das wird das lass uns mal was ändern dass das ein bisschen schneller geht weil da kommt immer gleich so ganz ich wundere mich wie viele leute da reinpassen so ein bus ist ja wahnsinn und wir haben langsam an diesen stress weil ich hasse stress und gott 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 das mal hier ein bisschen fundament bauen wir werden das ganze immer von das fährt mal von hinten auf satteln sozusagen fundament und zwar hier hin bis dahin bis dahin pistazien bis dahin ne ja so jungens kommt in gang haut das ding dahin wir brauchen das so das haben wir jetzt wollen wir hier drüben noch mal hin und das bauen und zwar die toiletten die können wir auch gerne ich habe wir haben so viel platz ich weiß gar nicht was wir mit den ganzen platz soll davon das machen wir den ganzen platz ist ja wahnsinn gut auf jeden fall hier noch toiletten wir brauchen hier unbedingt noch ein lokum rein wir brauchen wände da eine wand und noch eine wand lassen wir müssen was großzügiges ne oder sechs meter wie kriegen wir denn da rein da kriegen wir eine ganze latte toiletten rein die haben wir auch noch mal voll brauchen natürlich noch eine tür eine tür wenn super sache wegen bei reing und raus kommen optimaler wieso ist hier keine tür autosave so sag mal konnte ich das autosave gar nicht sehen das habe ich glaube ich beim anderen spiel auch schon mal gehabt da bleibt mal autosave und man sieht das gar nicht so was war was war die operation da war eine tür wir haben für super leute wir brauchen eine tür müssen irgendwie reinkommen in den laden so haben wir das läuft wie gesagt das teil wo ist das jetzt hier da dieses teil remove boot pick up wo haben sie umgebaut haben wir nicht mehr da rum gemalt das ist vorbei sehr cool sehr cool haben sie behoben so versorgen die wanders objekte und der unterkomfort die wanders operation ist da finden wir schon finden wir schon das ist kein problem irgendwie wenn wir schon finden irgendwie irgendwie ja oder auch nicht straßen nee da vielleicht nicht rausgenommen den haben sie es versteckt wieder mal als hier versorgung ist ja auch nicht das ist ja keine versorgung was und plan die schlange bestimmt plan die schlange auch nicht wo ist denn das drinnen zonen erst recht nicht werde mal hier neben der zonen bestimmt nicht nein das muss ja irgendwo das müsste ja das müssen mal da sein da ist es doch klar mensch wo auch sonst mensch hier muss das hin wir sagen natürlich dass ein blöden kleine blöde kannte nennt die wir noch umbauen müssen aber das ist glaube ich nicht das größte problem dass man hier noch mal da noch mal ein hinbauen und luft lassen das wird cool das wird richtig gut so fundament hier doch mal von der wendung freund das muss ja auch schön aufsehen dass du mich abgerissen kriegen wir noch mal ein schönes xl geld rein jetzt haben wir da noch zwei gemacht müssen wir das hier lassen wir stehen das ding das können wir benutzen das macht ja gar nix sozusagen und wir können hier noch mal so ein kleines schmales geld in baden würde ich sagen ich denke mal ja ja ich denke auch soll man war das jetzt hier objekte aber machen wir hätten da so erlaubt erkraft und lord und lord was sind das hier wo ist ein unterschied das ist gleich hier wieder da haben sie doch wieder da haben sie doch wieder was ist der unterschied gar nicht da ist kein unterschied natürlich nicht da und mit dem hier das gleiche salat ne also wieder beides das gleiche reingepflastert ach so das ist zum terminal und genau und ach so das ist das für den jaja das haben wir es so hier fährt der gute onkel mit seinem bus rauf dass ich hätte das gerne dahin gehabt geht aber nicht wir müssen wir da machen so bau mal dahin macht ja nichts nur mal sehen dass das muss doch funktionieren oder nicht man die hat noch etwas mit dem bus hier mal aufgemalt haben sie es weggenommen na gut aber das glaube ich brauchen wir alles nicht mehr kann es wegreißen na gut egal spielt keine rolle was ist die uhr 19 uhr hast du nicht gesehen im sicherheitsbereich alles putti na gut ein bisschen bisschen action ist hier aber hier ich sehe gerade unsere abreise ein kleines problem aber wir haben doch bestimmt werden doch bestimmt forschung haben noch irgendwas bestimmt was wir noch nicht abgeschlossen haben ach ja die sache mit mit ja you can zone up to free was leute ich weiß nicht was das hier ist ich mich macht das hier ich hoffe das läuft alleine oh jetzt tut es echt super kreuzung start lande man brauchen nicht da luftfahrt aufs machen wir mit an haben wir es auch nicht was wir haben aber der rest haben wir alles kreuzung für start und landebahn ich meine das ist doch doof start und landebahn wenn sie sich kreuzen sagt voll voll panne was ist denn wenn die ampel auf einmal auf rot springt wenn er landen will trotzdem machen wir mit wir haben nicht geld ja wir haben ja reichlich kohle so ist das ja nicht geld wie heu so was haben wir jetzt gemacht hier oben ach hier oben gebaut genau stimmt hier oben haben wir gebaut super freunde mach mal löschen wir mal das weg hier so bis dahin das mal ist weg nehmen dann können wir euch noch klasse reinbauen so ein bisschen für schön aussehen so habe ich mich aber eckle voll protzig hier so gleichen frühspuren reing zimmern würde ich fast sagen ja ich würde fast sagen das machen wir auch da geht ja gar nicht damit so schmalen grad noch über aber das macht nichts das grübel ein bisschen schneller waren jetzt bis zack auf jeden fall haben wir nicht mal das folge proppe hier das ist vorbei das gefällt mir das bin gespannt vier verpasste abflüge wir haben doch noch vier verpasst aber besser als was war das 190 oder nie mehr knapp 200 waren sogar 5700 abfolgte abflüge erfolgreich 100 neue mit anschluss 515 pro stunde transit kapazität da müssen wir was dran ändern es muss besser werden wir haben aber das hier schon voll können wir da noch mehr machen die demontieren können wir dann die noch ein mehr klappt wir dürfen nur zwei ich glaube wir dürfen nur zwei bauen ich meine das hier ich weiß nicht wo das war ich weiß nicht genau wo das war das ist alles gut strukturen was hier straßen wir ach doch wir dürfen auch nicht mehr super super hier kommt noch eine straßenbahn ran freunde da kommt noch eine straßenbahn ran und zwar die bauen doch mal glatt hierhin so ja so machen wir das dass wir hier die herrschaften auch mal schnell von abzuschüsse auf die hand ach so dieses teil da sind wir bei da probieren wir schon die ganze zeit etwas hin und her zu kriegen hier steht es auch mensch 10. september gab ein update die sind dabei und reißen das weg super weil man kann nicht in den fußboden noch mal schnell hin bauen wenn wir schon dabei sind nein kein spürer stein da diesen da und zwar dorthin und dorthin so eine fußboden reinge kann man auch mehr ticket diese ticket dinge hinbauen so und hier wenn mich gleich die toiletten einbauen die trolle töten und zwar damen und herren herren und die damen damen wc so zack ja ja ganz ganz locker objekte nein doch objekte da und versorgung ist das ja ein komfort genau komfort heißt das das machen wir auch noch mal pass auf die toilette ganz wie die toilette brauchen wir wie viel kriegen wir nicht so viel rein ach gott aber sehen wie wir da rein passen mal gucken so 123 nein dann muss schon wenn schon denn schon zwei waschbecken müssen da rein so das nützt schon mal nicht so hier denn herren genau das gleiche spiel machen wir doch mal machen wir das nie am besten genauso so die frage so wir haben natürlich die urinale keine ahnung ob sie benutzen weiß ich nicht so und hier noch mal ein bisschen waschbecken dann mal zwei waschbecken und fertig super das wieder aus dem plan haben wir noch toiletten das ist doch nicht schlecht so im moment das auch das muss dann abgerissen werden meine güte so löschen und zwar dies jahr schar wutz in das noch mal raus weil dann verlegen wir das hier nämlich hier drüben hin sozusagen nicht machen wir das denn aber wir müssen warten bis es fertig ist an die warte mal objekte wir brauchen noch was operation operation haben wir doch bestimmt genutzt für da schiebe türen was für ein gerät so und zwar hier rein mit sich da rein dahin und dorthin so zwei schiebe türen wer da wohl gedacht wenn wir das nicht hinkriegen da siehst du wusste ich doch und das kriege auch hin wir müssen warten bis das wird gebaut ist wir haben eine kohle das ist wahnsinn wir können so viel kaufen dass es so raucht ach gott ich habe extra diesen zwischenweg gemacht damit ihr hier vorne hin fahren könnt nein 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 ich habe keinen platz für vielleicht hätte man doch eine zweite straße noch bauen könnte man ja was nicht ist ist nicht können wir nicht daran ändern so wie es mit benzin wir haben wir davon noch wir machen so viel benzin mensch will das keiner haben oder was warum nicht warum denn bitte ein bisschen billiger machen preis muss plus minus ach großer gott markt verfolgen plus fünf prozent noch das ist auch neu wenn die preise gleich bleiben werden 21 03 von 39 flügen flug flügen krebstoff schreibstoff anfordern dies erfordert ungefähr ja bis 700.000 das haben wir locker mein gott ja so viel sprit weil wir können was zu tanken wir haben 50 prozent markt verfolgen kaufen wir kaufen ein bisschen was nach wir kaufen noch was nach und zwar 1,6 millionen ca 50 prozent 1,6 millionen liter dieser wahnsinn was da drin ist finde ich super erstaunlich ich glaube der fährt mit ketten wenn mich nicht alles täuscht ist ein kleiner grafik fehler dieser kann ja sein dass wir wirklich nur anfangen müssten weil da ein großes update war weil man sehen kann hier die tanks die stehen hier irgendwie auf dem tower sehen wir bieten ja brennt da schön weit oben so wir können wir brauchen mehr von diesen ticket kiosk dinger komfort es ist komfort ich bin nicht komfort ist das ist operation so zwar da wenn man die noch irgendwie kann man nicht das wäre noch mal eine kleine idee wenn man die noch mal als favoriten dazu fügen kann vielleicht zu finden oder die selber hinschieben wo man die braucht naja ist ja geil weil ich ja nur ne idee nix wichtig ist so macht das mal fertig hier vorne wir wollen ein bisschen was bauen wollen wir das haben wir uns so vorgenommen ich lasse ich mal ein bisschen schneller arbeiten so wir tun so als ob sie jetzt schweißer verstehen haben dann bauen wir gleich mal diese ticketdinger da rein mein gott